Hallo Leute, hier in meiner Basis hatte ich kürzlich Besuch von ein paar Räuberle. Und entweder waren sie recht amateurhaft oder ziemlich dreist, denn sie kamen bei Tag und ich war zu Hause. Und daher konnten sie nur 24 Zimtrollen, verkohlte noch dazu aus meinem Ofen entwenden, die ich aber gerne wieder hätte. Sie haben mir aber hier eine Lösegeldforderung hinterlassen, die etwas kryptisch ist, aber ich denke bis zum nächsten Teil von diesem Mysterium werden wir das rausgefunden haben. Also bis dann.